Nein, Herr Doktor Bornmänner! Nein, Herr Doktor Bornmänner! Schauen Sie mal auf Ihrer Facebook-Seite! Herr Doktor Bornmänner! Schauen wir uns an, was auf Ihrer Facebook-Seite steht! Herr Doktor Bornmänner! Und wir so ein bisschen unterschwellig unterstellen müssen, in deiner hinterhörtigen Art und Weise, nach dem Motto... Darf ich da mal wieder was sagen? Gratuliere! Ich hätte aber trotzdem gerne... Moment! Ich hätte trotzdem... Das ist eine Sache, weißt du? Ich hätte eis doch neppelt! Gehört doch auf mit dieser... Hast du Böchen in deinen überdiskussionierten Ohren? Ja! Sebastian, eingehen! Nein, zwar großverschwellig! Du sitzt uns da, ja! Gratuliere! Vielleicht uns zuhören! Vielleicht auch zu weinen! Herr Doktor Orban hat uns besucht, mit voller Leibesfülle, Gott sei Dank! Ist richtig verstanden! Aber was hat das mit der Leibesfülle jetzt tun? Oder was wird das jetzt? Bodycheck nicht! Denkt sein, er wäre ein Kogler, der ja auch zum Wirten fahren muss! Das ist der Eirat, glaube ich!